Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. Na, haben Sie die Ostertage im Familienkreis gut überstanden? Ja, die bilateralen Beziehungen der Menschen sind nicht unkomplizierter als die der Staaten. Wer in einer Wohngemeinschaft schon mal versucht hat, basisdemokratisch mit seinen Mitbewohnern Regeln für die Benutzung der Gemeinschaftsräume aufzustellen, ahnt, was auf all diesen internationalen Gipfeltreffen los ist. Es sind zeitraubende Veranstaltungen, bei denen jeder genau weiß, dass sich hinterher keiner an die Beschlüsse hält. Und genau deshalb ist Frau Dr. Merkel für diese Gipfeltreffen wie geschaffen. Das ganze unverbindliche Palaver, dieser G7, 8 oder G20-Treffen, das ist genau ihr Ding. Die können nämlich auch gar nichts beschließen auf diesen Gipfeltreffen, das ist ja das Tolle. Die können nur Absichtserklärungen formulieren. Denn diese Regierungschefs müssen alle hinterher nach Hause fahren und in ihren Parlamenten eine Mehrheit für das finden, was sie auf dem Gipfel beschlossen haben. So ein Gipfelbeschluss, das ist, als wenn sie ins nächste Möbelgeschäft stürmen und sagen, ich nehme da hinten die Schrankwand, da die Sitzgruppe und den Fernsehsessel und nächste Woche komme ich mit meiner Frau und da machen wir alles fest. Ob die auf dem Gipfel einen Beschluss verkünden oder gemeinsam was in den Schnee pissen, hat die gleiche Verbindlichkeit. Aber unsere Medien, die machen uns vor den Gipfeltreffen verrückt. Oh, die Positionen liegen noch weit auseinander, die einen wollen hier hinpissen, die anderen wollen da hinpissen, kommt es zum Gruppenpipi, wir berichten weiter. Und alle Gipfelteilnehmer können sich darauf verlassen, dass hinterher einer nicht mitmacht. Wenn die was zu besprechen hätten, würden die doch eine Videokonferenz abhalten. Weil sie aber nichts zu besprechen haben, deshalb veranstalten sie die teuren Gipfeltreffen, damit wenigstens ein paar schöne Fotos für die Medien dabei rumkommen. Die Gipfel sind deshalb beliebt, weil sie immer nach dem gleichen Schema ablaufen. Man trifft sich zum großen Palava bei Kaffee und Kuchen, ab und zu wird der Sarkozy abgefüllt und vor die Presse geschickt, ein bisschen Spaß muss sein. Dann wird unter großem Hallo ein mühsam gefundener Kompromiss verkündet und zum Abschluss ziehen sie sich ins Hinterzimmer zurück und ziehen Streichhölzchen, wer den Arsch spielen darf, der nicht mitmachen muss. Der Arsch fährt nach Hause, stellt sich vor seine Bevölkerung und sagt, ich habe für unsere Interessen gekämpft und ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Und die anderen können sagen, wenn der Arsch mitgemacht hätte, hätten wir auch mitmachen können, aber es geht ja nur gemeinsam. Bis neulich.